Ich mach dann meinen stärksten Kombo. Ich auch, dann verreckt die Sau. Okay, da sind wir uns einig, dein stärksten Kombo. Ja. Und du? Ich spring gleich drauf. Nö. Nö. Gibt's nicht, Hammer nicht, Willi nicht. Drachi, ähä, ähä. Alter, da kommen nur die scheißroten Mongodrachene. Komischerweise, ich hab keine Ahnung warum. Die sind ja auch genug. Das ist weil du da bist, glaub ich. Ich hab am letzten Mal auch gekrächt. Also labern nicht. Hast du ihn nicht verdient? Ich wischle mal den Diepen. Ich muss gerade mal was gucken. So, jetzt hab ich Ghostbusters, Lord. Das gibt das Gehirn. Ende? Ja? Du hängst bei mir in der Luft. Yay, ich kann fliegen. Bei mir auch. Ich hab Hülschen bekommen. Ui. Und deine Trüste wackeln ohne Ende. Wackeln. Wieso habt ihr zwei eigene Frauencharaktere? Ich will nicht die ganze Zeit einen Mann auf den Arsch gucken. Eben. Wir brauchen was zum Anglotzen. Sag, wenn ich schon so oft, wenn ich schon so lange spiele und so viel spiele, dann will ich nicht noch einen Mann auf den Arsch gucken. Okay. Also jetzt irgendeine Frau zu sehen, nein, wir sind nicht sexistisch, wir sind einfach nur Männer. Ja, wir sind so, weil wir sind. Weil wir sind so. Also, ich beschweren wollte, beschwert euch mein Gott. Er ist schuld. Okay, ich hab keinen Bock mehr zu warten. Lauf! Okay. Willst du dich einen so einen roten Mongodrache? Nein, ich will den blauen. Ach, jetzt sind wir auch noch schon wählerisch. Natürlich. Ich fahre auch noch drauf an. Ja, ich möchte ihn auch in pink. Gibt's aber nicht. Nee. Kannst du ja ihn einfärben. Ich lackiere ihn über. Bisschen Lack drauf, dann kommt das schon in Ordnung. Das ist auch so hässliche Dinger. Alter, stehen wir alle im Weg. Nein! Warte mal, ich esse den Drachen zu. Gute, seid ihr genau gleich, einfach in grün. Hallo, Raptorchen. Er greift uns an. Ja, mich nicht. Okay, ich muss sagen, für den Dicken sind die da noch recht nice aus hier. Die Dornengrad. Kraftdrache. Für so ein fettes Schwein. Naja. Nicht schlecht? Säme ihn. Säme ihn dir doch. Nee, nicht zu dick. Hast du was gegen dicke Menschen? Ich sag nur was gegen dicke Drachen. Ich hab nie was gegen dicke Menschen gesagt. Du hast gesagt, du machst nichts Dickes. Das ist auf die Drachen bezogen gewesen. Ja, woher ist da jetzt jemand das Wissen, der nicht da bei ist? Der dich nicht kennt? Kannst du jetzt Montag, Montag, Nachmittag oder so, Kobold suchen? Ich kann leider nicht. Ich bin arbeiten. Jo, ich auch. Okay. Ja, wir sind arbeitsteppig. So, müssen wir Drachen kaputt haben, ne? Doch, ne? Ach doch, die Dornen. Da hat die Trägheitskraft Drachen. Müssen wir blätten. Blätten. Wo seid denn die? Keine Ahnung. Ich bin ja nicht irgendwo mehr. Ja. Ja, sind plötzlich alle wieder verteilt, irgendwo. Ich kenn das nicht schon. Einer von zweien? Wups. Einer von euch habe ich schon gesehen. Öffentliches Event. Ey, Schwefel, Schwefel, wo ist Schwefel? Den will ich. Wo ist er? Ist er das? Ist er das? Jawoll. Schwefel? Schwefel, was ist denn das für ein Drache? So ein hässliches Taubenfieh. So ein Federvogel. Wo ist er denn? Bei uns. Seid ihn hier. Auf der Garte. Ah, jetzt reicht der. Oh, jetzt wird er wieder vergewaltigt. Aber... Ey, komm hier auf. Weil du ihn nicht zählst. Du, ich weiß. Ja, wo am Ende sollst du dir spielen? Nock. Das ist ja ein ganz normaler Cocktail-Drache. Der heißt aber Spiel. Und das selten. Und hat zwölf Slots. Ha. Seid ihr schlecht. Wer will schon so einen Drachen mit zwölf Slots? Puste den mal. Äh, oder? Puste und puste ihn mal in den Welt-Chat. In den Global-Chat. Äh, Gruppen-Chat. Ach nee, sind nur zehn Slots. Aber trotzdem... Aha, aha, aha. Nini, nini, nini. Zwölf Slots. Aber zehn Slots, hallo? Trotzdem hässlich. Trotzdem hässlich. Ein Hühnchen. Und die brauchen nicht ein Hühnchen. Jetzt habe ich was zum Essen. Ah. Ich habe Hunger. Ja, dann brat ihn. I'm free. Machen mal. Brat ihn mal. Ja. Erst tropfen, dann ausnehmen. Ich habe wieder keinen Platz mehr. Ich habe keinen Platz mehr. Was habe ich wieder für Müll dabei? Müll? Ja, ich packe jeden Müll ein. Brauche ich nicht. Hm, haben wir da so noch. Da kann ich verwenden. Äh, brauche ich nicht. Brauche ich nicht. Level 36, da habe ich was. Schild 33. Ja, Schild 33. Äh, meins ist 30, aber blau. Blaue. Ich kann es dir mal sonst wiedergeben, das Zeug. Dann kannst du es ja rausschießen oder kaputt machen. Ja, kannst du. Habe ich denn da alles für Rezepte, ey. Ui. Was denn? Nix. Nix. Nü, nü. Nix. Kräuter. Huiii. Blut eines kranken Drachens. Hast du schon alle? Äh, ich bin gerade so weit, die kranken Drachen zu machen. Also, ich habe alle. Hey, seid ihr wieder schnell? Ja, mit deinem Level, hallo. Wo ist ich da hoch? Hier lang? Ich bin kein totales Suchty. Ich mache nur die Quests. Macht ein Suchty auch? Eben. Es kommt drauf an. Tag und Nacht oder... Auch zwischendurch mal Real Life. Oder Black Ops 2. Ja, Black Ops 2, hör mir auf. Warum? Black Ops 2 ist geil. Nee. Doch. Nee. Hall of Duty Ghost. Nee. Ach, komm, hör mir auf mit Ghost. Ich bin reingegangen und das erste, was ich sehe, sind zwei Hacker. Und ich habe es genau an den Tag des Releases bekommen. Als CED habe ich... Hatte ich beim letzten Mal... Ja, war Black Ops 2, glaube ich. Oder ich weiss nicht mehr, welches es genau war. Scheißegal, ging ich jedenfalls online, ausgelehnt. Da dachte ich mir, ja komm, kannst du mal angucken, ne. Habe ich es ausgelehnt, also ging ich online, fing ich an, da laus zu laufen, ja, ja, kam mir einer niedergeschossen, da ging ich weiter. Dann plötzlich kam da so ein, eines der Scheissgeräte, die kann ich, glaube ich, explodieren oder so. So ein Auf-4-Räte. Ja, so ein kleines Spielzeugauto. Ja. Schnellenkladern, ist geil. Ja, ging, kam das auf mich zu und das war eines, das geht das Gegner. Also ich bleibe einfach stehen, das fuhr vor meinen Füssen vorbei. Ja, okay. Habe mich wohl nicht gesehen. Mitten im Raum stand ich ganz alleine. Ich habe mich einfach nicht bewegt. Dann ging ich halt weiter, sah ich wieder einen mit einer MP niedergeschossen aus einer weiss nicht was für einer Distanz. Einfach so weiter. Plötzlich stellte es halt an, ich drehte mich um. Ach, ist ja der Respawn der Gegner. Hier. Wunderbar, alle niedergeschossen, danach muss ich sagen, also... Wenn es so keine Herausforderung ist, brauche ich das nicht. Äh, glaub mir, mittlerweile sind genug Herausforderungen. Ja, ich habe das jetzt einfach mal gespielt und dann, nee, brauche ich nicht mehr. Das Battlefield ist geiler. Willst du mal gegen mich spielen? Ich kaufe mir das Zeug nicht mehr, COD, ich kaufe mir nur noch Battlefield. Spiele mal gegen einen Kollegen, dann sagst du nicht mehr, der stampft sich in den Boden. Ja, meine Kumpel stampft, ja. Die wahrscheinlich in den Boden. Mein Arbeitskollege stampft durch beide, egal ob Call of Duty oder Battlefield. Ja, er kann mich schon in den Boden stampfen, aber mein Kumpel stampft ja wahrscheinlich nicht in den Boden. It's harsh. Äh... Auch nicht dort. Mein Arbeitskollege ist auf Battlefield, war jetzt zum, äh, Battlefield 3 beim letzten, kommt mit den Helikopterabschüssen, der drittbest in der Weltkrankenliste. Ja, meiner gehört, mein Kumpel gehört zu den ersten Prozent der Besten, soviel ich gehört habe. Wie genau weiß ich, genaueres weiß ich nicht, nur er ist zu den Prozent, den ersten Prozent der Besten auch. Und er spielt auch, äh, extrem gut mit Helikoptern. Okay, das könnte ein interessanter Kampf werden, wenn die zwei gegeneinander antreten würden. Hm, aber mein Kollege hat sich eh schon beschwert, auf Battlefield 4, da gibt's eine Map. Da ist, gibt's nur ein Spawnpunkt für Helikopter, der ist eher auf, auf, eher meistens auf der feindlichen Seite, wo er spawnt. Ja, ja, sag nur, ich sag nur noch fertig, ich dachte, du bist fertig. Ja, du. Okay, ja, Battlefield 4 ist momentan, äh, Battlefield 4 ist momentan eh noch voller Fehler im Moment. Voller Bugs. Ja, voller Bugs und alles von dem her, ja. Es momentan eh noch nicht gerade so gut zum Spielen, aber das Spiel an sich ist geil, also ist gut. Ja, hat er auch gesagt. Aber momentan ist er eben noch ein bisschen verpackt. Schwefel ist wieder da. Nee, danke. Ich brauch schon einen anderen, ich brauch schon einen anderen Drachen. Ich glaub, ich kill ihn. Oder soll ich ihn fangen? Das Kibo hier brauch ich, habt ihr den jetzt schon kaputt gemacht? Nein. Sonst würde ich hier nicht stehen bleiben. Ja, ich weiß ja nie. Ich spiele gerade Kindeschwefel 2. Fangst du die auch noch Schwefel oder was? Nein, ich kill ihn. Ja, würde ich auch. So, komm schon. Kleiner Drache. Aber er hat ein paar Skills, ich glaube, ich brauch die Skills. Kannst ihn noch fangen. Wenn er nix hat, kannst du ihn wieder wegschicken. Wo gehst denn du jetzt hin? Ich guck schon was. Okay. Ach, er ist da. Warte. Was sollte ich denn warten? Bessere Zeiten? Weihnachten? Ostern? Ja. Neujahr? Oh ja, der ist nicht so ganz der Crap. Okay, nur der ziemlich der Crap. Hat der was Gutes drin gehabt? Ähm, als erstes Mal, ich poste das Scheiß-Tieb. Kann gerade nicht gucken. Bekommt die Rate tierisch aufs Maul. Und du wirst befreit. Die wird gelaufen. Ja, die Hilfe ist schon da. Dann kann ich ihn auch kaputt machen da. Sonst stirb ich eher. Schwere Rüstung. Ich glaub, das ist für mich. Ich hab mal den Opferdrachen gepunktet. Guck ihn man mal an. Schwarzblut Drache. Wart'n der so? Aufdecken, Schwäch aufdecken. Heilung. Na ja. Gibt's Schlimmeres? Also ich glaube, der Beste ist Jackie. Da ist auch noch Upfi. Upfi? Der Upfi. Austausch. Was machen das? Aha. Das kann ich dir zeigen. Jo, werden ausgetauscht. Ja. Du und der Platz deines Drachentauschenplätze. Ja. Hab ich gerade gelesen. Jo. Ich weiß nicht, für was es groß nutze sein soll, aber... Hä? So bestimmt... Ich hab mir nicht gezählt. Was? Ach, scheiße, ich muss... Ach, nee, passt schon. Was passt? Was ist nicht gut? Da ist einer dabei. Nee, passt schon. Passt schon. Mission abgegeben. Und noch eine Mission abgegeben. So. Die hab ich schon. Ja, du bist, glaube ich, hier schon alles durchgefitzt. Nein, bei einem Bereich bin ich etwa bei Level 21 nach Ladies. Okay. Und Nuffis, ich werd mir den Frostschnee holen. Der Frostschnee ist... Ich dachte jetzt schon, oh, ein weißer Drache. Der sieht vielleicht geil aus. Dann hab ich ihn gesehen und musste was kotzen. Das ist wirklich ein Kaninchen, das du zusammen auseinanderziehst und ein paar Fädel dran heftest. Nein, das ist kein Kaninchen. Der, wo gibt's... Das ist kein Kaninchen. Wo gibt's dieser Drache? Der ist auch im Shop, also du kannst es kaufen. Schau, im Weltchat, der ist gerade gepostet. Ah, dieses... Diesem, wie soll man sagen, Missgeburt. Ja, da im Fest... Ähm, im Weltchat ist er gerade drin. Was ist da, der Missgeburt? Guck ihn dir an. Ein Kaninchen, das Flügel dran geäftet hat. Mit der Heftklammer und noch ein Schwänzchen verlängert. Okay. Ah ja, und was ist das da im Nacken? Ein Kaninchen hat nicht so einen breiten Nackenpelz. Doch. Kann es haben. Mein Zweckkaninchen hatte sowas. Ohne Scheiß. Und ein Löwenzahnkaninchen hat auch so einen Schal, oder was es sein soll. Da gibt es, mein Freundchen, da gibt es. Und der Schwanz, guck ihn dir an. Gut, zum Putzen ist er nicht schlecht. Wird auf jeden Fall sauber. Aber der Rest ist hässlich an dem Ding. Okay, wie ich gerade auch im Weltchat geschrieben habe. Mir gefällt der. Du musst ihn ja nicht haben, wenn er dir nicht gefällt. Aber mir gefällt der. Ich schreibe jetzt gerade was. Weltchat kann ich, glaube ich, gar nicht. Habe ich noch die Dings gar nicht geholt. Dann müsstest du welche haben, weil von jedem blöden Spiel-Event oder sonstiger Mist... Ich habe meine Meinung gepostet. Ich auch. Ja, die Rechtschreibung. Ein Plüschdrache niedlich. Das ist kein Plüschdrache. Doch. Das ist für mich geboren. Ja, ein wirklich hässliches Ding. Ihr habt eine üble Geschmacksfehlung. Nee. Für mich ist ein Drache geil. Halt. Und nicht Ja. Der ist niedlich. Nee, ist er nicht... Hässlich, hässlich, hässlich. Häss, hässlich, hässlich, hässlich. Fertig, Schluss. Niedlich. Nein. Ich jetzt erst mal ins Silatzzelt. Moment. Nein. Hui. 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 Schlicht und einfach zu teuer. Und. Jawohl. Das ist so. Hat erkannt. Hier. Ich habe dir eine Meinung auf deine... Alter, ich verrecker. Lass mich in Ruhe. Und zu blöde. Das ist einfach nicht schön. Eben. Eben. Einem anderen geht schlecht, wenn er... Wenn Leute Geld für das rausgeben... So viel Geld ausgeben dafür. Ebenний Elof. M231. M234. Mitagerfrei. Was ihr verlangt?